Sooo, da sind wir wieder zurück, hier bei diesem mega guten... Nicht guten. Ja, ich weiß, das ist scheiße, das Signal. Nein, das Schiff als letztes kommen würde, weil ich finde das einfach mit am schwierigsten momentan. Wollen wir blockieren mit unserem Schiff, oder? Ach, warum ne? 5 Sprit 67 für eh einen Schaden, das war doch gut. Feuer, es liegt Feuer auf dem Schiff. Was? Ja, geil. Los Clooney, du fetter Stein. Wisst ihr, er kommt an, da ist das Feuer schon aus. Jetzt darf er wieder zurück laufen. Wenn er zurück gelaufen ist, ist er gar nicht repariert. Clooney ist so langsam, das glaubst du gar nicht. Man muss sich mal Schuhe kaufen. Echt, man muss sich mal Schuhe kaufen. Das hat er auch nur von dir, dass er sich immer so spät Schuhe kauft. Von mir. Klar von dir. Von mir, ich kaufe mir eigentlich am meisten relativ zeitig Schuhe. Ne, meistens ne. Eigentlich ne meistens. Ey, die haben ne mal ein Schild. Eindringlinge, kann doch gar nicht sein. Ich wurde übernommen. Echt, der macht schon ne Stotte. Echt, anbrennen bringt doch gar nichts bei denen. Können wir trotzdem anbrennen. Ne, das kann man bestimmt so machen, dass man alle Räume trifft. Echt. Ach egal, die haben eh keinen Sauerstoff drin, das bringt eh nicht viel. Macht das verwirrend aus, Alter. Ja. Das ist ja scheinbar schon kaputt hier. Ja, ist es auch. Ne, jetzt haben sie nen Lag. Wären sie noch Sauerstoffarmor. Noch? Geht mehr als Null. Geht mehr als Null. Oh, zweiter Albstoff. Können wir erstmal skillen dann, wenn wir wieder weg sind. Egal nicht, können die gegen unser 3er Schildchen. Ne, ne wirklich. Das ist ein Signal. Das will ich machen. Das war schon fast hier beim Exit, Alter. N60 und irgendeine Verbesserung hier. Okay. Und was hast du für eine Verbesserung? Irgendwas mit rumspringen. Okay. Irgendwie können wir wohl zu jedem, den wir vorher schon mal besucht haben, zurückspringen. Angeblich. Och Gott. Hör ich jetzt noch nicht zum Exit-Spiel ring. Naja, wir gehen jetzt zum Exit und dann fliegen wir nochmal hinten rum. Und wenn das geht, dann könnten wir ja eigentlich gleich zurück dorthin. Musst du mal ausprobieren, ob es funktioniert. Ach, von hier kommen wir gar nicht weiter. Dann fliegen wir halt weiter im Nebel. In der Nebel, das Graue. Das ist noch kein schlimmer Nebel. Angreifen, oder? Ähm. Uns tarnen. Was? Ja, warum sollten wir uns tarnen? Wir machen nicht viel kaputt, oder? Dann haben wir's. Wir haben keine Kamera, das ist unser Scheiß schon mal nutzlos hier, ne? Hm. Feuer legen. Nee. Nee. Ach, das trifft genug so. Ach nee, hat nur schon eine Drohne wollten. So, jetzt machen wir's kaputt hier. Und der Schild geht nicht kaputt. Und der Schild geht nicht kaputt. Jetzt ist es down, das Schild. Wenn wir ne Down verfehlen würden, wär's vielleicht auch mal da. Jetzt ist es down. Feuer frei, Mann. Du siehst schon, wie sie rumlaufen, um das Feuer zu löschen. So, sie haben scheinmal das Feuer gelöscht. Das ist Sauerstoff. Das ist ne gut für unser Feuer, aber auch ne gut für die. Ach, das hört ich fast. Und jetzt brennen sie noch mehr. Oh, und da siehst du wieder, wie die Türen auf uns zugehen. Ja. Dann müssten wir sie dann langsam noch kaputt haben. Ja, eben bloß, bis er die Drohne damage macht an der Hülle. Ja, das ist das Problem. Wir brauchen eigentlich mal diesen Laser. Der Laser ist auch nicht gut, um beschildert zu kommen. No, never surrender. Ja, das haben wir uns heute auch gedacht. Außer die geben uns 5 Sprit. Aber das brauchen wir zur Zeit. Das ist auch noch ein Nebel da drüben. Ja, los. Fliegen wir in den Nebel im Kraut. Ah, oh mein Scheißnebel. Ich kacke. Und, oh, nur so ein Schiff. Waffen komplett aus. Okay, wir brauchen... Ach, das ist auch schon aus. Scheiße. Heißer, das ist auch schon aus. Ja, und du? Ja, das ist auch nicht. Aber die machen irgendwie auch nichts. Ja, okay. Das Problem ist, wir bräuchten Waffen und Drohne. Wir müssen Schilder ausmachen. Wenn er eh mal Schilder ausmacht. Wenn er eh mal Schilder ausmacht. Wir haben zumindest eh eine Drohne. Aber die kommt da durch eh ein Schild nicht durch. Ja, wenn unsere Ionenblast eh es kosten würde, hätten wir es. Komm, dann müssen wir es halt so machen. Mit ehem Schild ist er gefährlich. Vielleicht... Können die auch keine Waffen benutzen. Vielleicht. Wenn, dann müssen wir es ja schnell ausschalten. Alter, sag ich mir, wir siegen, geh eh nie. Stimmt, die fliegen am Ende noch weg. Hier werden wir Waffen, Schild... Jetzt resten die ja nimmer. Echt mal, es ist so. Das ist keine Waffe. Oh Gott, jetzt schießt klar die Waffe, die innen. Die Linke, die schießt klar. Jetzt sind sie eigentlich innen. Jetzt haben wir sie ausgeschaltet. Aber jetzt haben sie ihre Schilder hochgepowert. Ione... ... und Blast. Jetzt haben wir die Schilder. So, jetzt sind die Schilder wieder aus. Alter... Das ist die Hellstation aus. Wenn man wenigstens zielen könnte, wo die Drohne draufschließen soll. Miss. Nochmal Miss. Oh. Miss. Wiesste. Sind die Schilder wieder in Ordnung? Ich kack ab. Ey, das ist ja noch ein bekloppterer Kampf als gegen den Endgegner hier. Nein. Nein. Jetzt gehen die Waffen von denen einfach schlöchern wieder. Weil sie eh mal durchkommen sind am Arsch, ne? Boah, die Drohne hat mal was getroffen, ey. Unglaublich. Jetzt wollen sie weg. Schnell auf dem Antrieb. Aufgeben. Ich würde die annehmen, weil die entkommen uns. Die entkommen uns sicher. Gut. 100 kostet das letzte Waffen-Upgrade. Hier ist ein Shop. Und dann noch ein Shop. Und das ist nochmal ein Nebel. Ich glaube, es ist voll bei einem Nebel. Ich auch. Aber damit haben wir jetzt zumindest die Flotte aufgehalten, weil wir im Film ein Nebel waren. Ja, nein. Hecken, drei Waffen, zwei Schilder. Richtig. Und erst mal wieder alles anmachen, ey. Das Feuer bringt auf den eh nulich. Richtig. Jetzt müssten die uns unsere Waffen hacken, das wäre noch richtig geil. Ich glaube, es wäre jetzt genau dasselbe Fight wie Asthma. Die Kamera ist gehackt. Als müssten wir bei denen was sehen. Als müssten wir bei denen innen übernehmen. Irgendwie, wo uns die Drohne hacken, hätten wir verloren, ne? Echt mal. Dann können wir ja nichts mehr machen. Müssen wir weghauen. Abhauen. Ach du Scheiße. Viel zu viele Waffen, die Typen. Oh, zwei ist kaputt. Irgendwie nicht mehr viele NGs, ne? Nur noch eng. Ich muss das mal reparieren, sonst haben wir keine Null Sauerstoff. Ich merke schon. Die Kree hat noch keinen wirklichen Schild-Skill, ne? Wie seh, jetzt können wir hier natürlich eine Upgrade. Naja, ist passiert. Wir fliegen nochmal hier zum Shop. Ein bisschen Geld haben wir ja. 34 Raketen haben wir übrigens auch. Und immer mehr. Drohnen haben sie mal. Es sind sogar Combat-Drohnen. Aber warte nicht. Waffen haben sie auch. Da haben sie so einen Flak. Ach, das ist das mit dem Müll. Ja. Das funktioniert mal wirklich. Drohnen, sonst kaufen sie. Ich weh's, aber das müssen wir noch auf Drohnen scale. Ich glaube, wir haben noch... Diese Kampfdrohne braucht vier Energie. Jetzt könnten wir uns nochmal die holen, die wir sowieso schon haben. Ja, die kommen mit zwei, ist ja bestimmt besser. Ja, die kostet vier Power. Naja, müssten wir erstmal zwei Mal auf Power scale, dann hätten wir erstmal die verbesserte. Hm. Ich würde schon die, ne? Oder Kleidbäde. Bäde? Nee, das hätten wir in der Giga-Mega gar nicht mehr zu scale. Eben. Wenn wir jetzt noch die Waffen alle in Betrieb nehmen wollen. Ihr müsst noch eh mal die Drohne scale, dann könnte man sie schon nehmen, die große. Ja, sonst haben wir trotzdem die Energie dafür. Ich spöre's. Drohnen... Wenn wir jetzt die Energie noch haben, dann... In Energie filterns, ne? Hm? Wir müssen eigentlich hier theoretisch zurück. Dann geht Geld. Ich bin, denke ich, noch mal in den Nebel. Ach, das geht tatsächlich dorthin zurück. Oh, das bringt doch sogar was. Wir können mal rumfliegen, wie wir wollen. Nächster Sektor. Piraten oder in... Nee, äh... Haha, Frage. Haha, dumme Frage, ne? Ist das immer irgendein Typen, der uns die Raketen abnehmen würde? Wäre cool. Jetzt müssen wir die... Ach, der hier hat drei Schilde. Haben wir doch auch. Das haben sie klein mal mich übernommen hier? Nee, gut. Übernehmen wir die aber auch. Mhm. Dem Mantis würde ich übernehmen. Das? Stärkst du von denen? Nee, wo schießt man hin hier? Hm... Waffen, Sauerstoff... Irgendwas... Nimm doch oben die Räume damit. Nimm doch oben die Räume damit. Oben die Räume. Ja, echt ne paar... Äh, ich hab's auch gemacht. Ja. Schön alleine hier dieses stumme Schild auszumachen. Oh ne, hier ist auch noch ein Ionen-Ding. Neeee. Drohne ist aus. Übernehmen ist aus. Sauerstoff ist aus. Oh, hier brennt's aber. Schild ist runter auf ein Schild. Na gut, die haben noch Probleme. Denn ihr Schild ist auch aus. Unsere Drohne geht wieder. Eigentlich. Die hat's ausgeschalten, das müssen wir... Oh nein, ooooh! Wisst ihr, das regt mich schon wieder auf. Das ist ja immer nix mehr. Die Gegner, also die Drollen und... Drollen und so fette. Danke wie die unsere Drohne treffen mit diesem Scheiß. Und ist gut. Unsere Drohne treffen ist nicht so gut. Nein! Der Kampf war viel zu harte dafür, dass wir aufgehen. Halbtot sind wir schon wieder. Leger, jetzt müssen wir alles reparieren. Wir sind immer wieder in Gefahr und können eine Stripper werden. Mhm. Ab zum Signal. Ach nicht, kommt jetzt... Schnell weg, ja. Also wir sind... Wir haben noch fast alles ausgeschalten. Wollen wir... ...mit der Ionenwaffe was machen oder mit unserer Angie-Crew? Oder einfach drauf schießen? Hm. Aber wenn wir... Die haben schon gesagt, die Blauen sind eigentlich immer gute Optionen. Naja, aber welche? Ich weiß nicht, ob man den hier verlieren kann bei ihrem Blauen. Angie sollte meistens erstmal einen Reaktor kostenlos kriegen, oder? Das kann sein. Und was ohne? Wiss ich nicht. Ach komm, nimmer Angie. Ah, wir haben viel Zeug gekriegt. Oder ganz viel Zeug, okay doch. So, jetzt kommen wir jetzt erstmal die gute Drohne benutzen. Als nächstes wollen wir mal unsere gute Waffe noch benutzen, ne? Ja. Brauchen wir mal die Energie, oder? Wir könnten so benutzen, aber wir warten erstmal bis die Schilde wieder komplett online sind. Müsste ja jetzt passieren. So... Vier haben wir, das ist genug für die Drohne. Das ist jetzt, wir brauchen noch drei. Mal, verbessern wir. Hoffentlich können wir so viel noch geben. Jetzt ist ja wieder in den Shop, ich kacke ab. Wir haben ja gerade alles Geld ausgegeben. Arrrrgh. Oh, wahl, wahl, wahl. Wahl! Hey, ich könnte hier mal rein gehen. Wasípus für den ist, kann ich ja eh zurückfliegen. Na ja, das ist ja gleich klar. Dann ist die Flotte halt schon dort, ne? Muss man im Ende mal gegen eine Flotte kämpfen. Ah, die haben im Ende eine Storn, die sind. Fixen können wir auch nicht viel. Treivstoffkommarchen kaufen. Mit 10 also... Das ist ein besserer Ionenblaster als wir haben Schießt der auch schneller? 8 Sekunden Unsere braucht nur 4 Sekunden Unsere kostet halt so viel Kostet 2, nachdem er schießt dafür doppelt so schnell Das kommt dann halt auch darauf an, wie viel das runtergebracht wird von unserem Typen hier Ich weiß nur, ob es sinnvoll ist, das Teil zu kaufen, dann wissen wir dafür nicht was verkaufen Naja, könnten wir ja, wenn wir das nicht mehr verwenden, das kann verkaufen, dann würde das reichen Ach nee, Schopp 35 ist das Ding wert Würde reichen, aber Ich weiß noch, ob es das bringt Ich auch nicht Wir können doch einfach nochmal schnell in uns weiterfliegen und dann nochmal zurückkommen Das können wir auch Das braucht aber nochmal Sprit Sprit haben wir doch eigentlich heute kein Problem, oder? Die wollen Sprit geben Da haben wir ja eben Sprit gekriegt dafür Und ein Questmarker noch Da oben Da müssen wir ja durch den Nebel fliegen Da müssen wir ja durch den Nebel fliegen Zum Stalk kommen wir also schnell nicht mehr zurück, na? Nee Und was ist das mit der I-O-Panone? Wenn ich das Schiff von denen sehe Das sieht so ganz gut aus Das war unsere Kloschütze Ja eben Ja eben Das ist es ja Komm, brenn wir sie so an Hacking Hacking die Türen, hack die Türen, du Idiot, ey So, die Drohne schießt schneller Und verfehlt genauso wie die andere Die kommt wenigstens wenn das Schild nur ausgeschaltet ist Wenigstens mit ihrem Schuss durch Das Schild Zu schnell schießt die Und da brennt Hacking Teil kaputt Antrieb beschädigt Antrieb kaputt Die haben halt so viele von den Typen die so gut in dem Feuer ausmachen Gut Schilde fast kaputt Aufgeben lassen, oder? Eigentlich nö Eigentlich nö Eigentlich nö Yay, Power is good Power kommt eigentlich hin Echt? Ähm, ne? Na, scheiße, ne Doch nö Wir können noch 3 für Dings Dann müssen wir wissen ob wir besseres hacken wollen Hier Oder besseres Schild Stimmt, danke Hehehe Drohnen wollten wir eigentlich auch maxen eigentlich, oder? Wollen wir das mit der Energie machen? Geht nicht Scheiße Die Reaktor ist einfach immer zu schwach Der Reaktor ist einfach immer zu schwach Der Reaktor ist einfach immer zu schwach Kann man Hecken verbessern, wenn dort jemanden dran stellt? Das ist ne gute Frage, ne? Ist das jetzt besser? Ist das jetzt besser? Ist das jetzt besser? Und? Scheinwander Scheinwander Ach, scheiße Ne gut Ich würde schon gerne das gute Hacken Da könnte man nämlich irgendjemanden nehmen aus dem Schiff Da sind doch Typen drauf auf dem Schiff von den Gegnern Na klar Na mit dem könnte man dann irgendwas zerstören Irgendwie ne Waffe Da müssen wir Schilde Da müssen wir Da müssen wir Da können wir die in die Combat Drohne verkaufen Die Inner Weil die Energie dafür haben wir Das gehen wir erstmal auf Inner Und vielleicht kriegt man noch den besten Ionenblaster Da können wir nämlich Schilde und Verwirrung machen Stimmt, wenn man noch in den besseren Ionenblaster ging Hätten wir mal den anderen mitgenommen, ne? Ne, da haben wir auch zu dem Zeitpunkt dran gedacht Hätten wir mal dran gedacht Ah, so Ach, wenigstens kein schlimmer, Nebel Eindringlinge Und ich seh ne, wo Ooooooh Wo gehen die Türen auf? Äh, dort sind sie Wir haben noch einen Mantis dabei Unser Rock war doch gut im Kampf Schau mal, schick mich auch noch mit rein Schau mal, schick mich auch noch mit rein Schau mal, schick mich auch noch mit rein Statt die alle auf Ehen schießen, ne? Ja, wir haben die heilere Generation Die sind ne gute Generation Das macht jeder in Ernst gegen Ernst und gewinnt Na, siehste Weil wir passive Heilungen haben Ha, frisst das Wie bei Borderlands Echt mal Wie bei Delta Star Und noch einer tot Und noch einer tot Und noch einer tot Wenn die wenigstens noch was geben würden, ne? Ach, das war aber ne So, Quest Von der Quest kommt man immer irgendwo hin, ne? Ne Könnte knapp werden Mit was? Mit der Flotte Ach, Quatsch Ach, Quatsch Oh, hallo Drei Schilde Und so Ich würde dir dann in Schilden übernähen Das wäre Raketenwerfer? Das sind zwei Raketenwerfer und ein Laser Was kämpfen sie schon gegen, ne? Wollen sie machen? Ach, wir brauchen denn auch die dritte Waffe von uns Das ist aber auch nur mit dem Laser, ne? Echt? Das muss aber erstmal der Schildwechsel Wusstest du das, ne? Oh Ne, ich dachte das ist irgendein Beam oder so Ne, ist ein Beam Damage per Raum Das ist ein Laser Oh Gott Der Fire Ist auch ein Beam Ah, ich dachte das ist ein Laser Der schießt, also So, ja Wie die Gegner haben, dachte ich Ach, Scheiße Noch ein Laser Ist er genau so bekloppt Hauptsache, ne? Scheiße, die wollen flüchten Da muss der FTL-Antrieb mal kaputt machen Dann muss der FTL-Antrieb mal kaputt machen Geht schon drauf auf den FTL Und dann haben wir es geschafft Gerade so Ja Stand schon bevor Ja Ey, das war gerade so Der Mantis repariert auch ganz schön langsam Wir brauchen mehr Power Das müsste jetzt reichen, ne? Jetzt haben wir den Helper-Beam Noch ein Laser Noch ein Laser Da, Alter Alter, wir sind von der Hülle auch nicht mehr gut dabei, ne? Hilder Schwede Bis wohin kannst du zurückfliegen Bis dort hin, ne? Bis dort hin? Ne, bis da Ja, flieg auf das Neue Flieg auf das Neue Flieg auf den, ne? Ja, ne, im Nebel kämpfen noch Oh Gott, noch mal so ein Nebel Wollen wir den folgen? Schwier ist es nicht Hm Hier ist doch ein Signal Ich hasse euch, ey Nimm's mit Durch den Nebel kommen sie denn eh nicht so schnell wie Gegner Scheiße, Alter Das kann nicht werden, ey Boah, wenn ich schon sehe, was wir da haben, ne? Wenn ich schon sehe, was wir haben, gar nichts Schild übernehmen Schild übernehmen Ionenblaster Schilde mit Feuer Hier unten rein Ja, so Helbert Von mir aus mal hier so gekreuzte Strahlen Der Helbert würde jetzt eh 8 Damage machen alleine Wenn er durchkommt Müsste erstmal durchkommen Es wird doch ein Problem Bei Mutterschiftern sein Ja, aber wenn die durchkommen Wir haben nichts denn durchkommen In die Drohne, in die Ionenblaster Eben Jetzt brennt's erstmal Wenn wir einmal durchkommen Oh Gott, die schießen mit 3 Stundingern auf uns Haben nur mit A-M getroffen Komm schon, Helbert Das aber hat halt den vollen Antriebs-Skill Oh, ist schon dort? Aufgepasst Boah, haben die uns Zeug gegeben? Oder was? Ja, endlich mal was So, jetzt müssen wir uns entscheiden Ganz jetzt über Energie ja schon mal skillen Na gut Wenn wir das schon mal Dann darf ich schon mal keine Energie mehr einrechnen Also kein Geld mehr Und den unteren nehmen wir auch noch mit Hoffentlich ist es kein Scheißsturm Nee Nee Boah, sowieso nichts hier Oh Gott, jetzt hörst du doch dorthin Oh nein Scheißsturm Wollen wir mal suchen, oder? Ach so, müssen wir Schaden kriegen? Immer ich Du Wichser Oh nee Beigeut, ich vollen Antriebs-Skill Ach, halt die Fresse Och, Mann, ey Jetzt haben wir wieder Kinder am Antrieb Oh nein Du darfst wieder Geld einplanen Wenn wir mal wieder welchen Kurven-Karten Och, halt Sei leise Hättest du mal eher gesagt Ey, die geben uns 7 Sprit für 2 Raketen Gerne doch Alter Ah, ist der Kann nur scheiße Obwohl wir haben so viel Sprit Und können wir hier oben noch den Punkt Alter, Alter, Alter Jetzt haben wir nur noch 20 ausweichen Wollen wir das Astroidenfeld Untersuchen Ja klar Ey, 4 Sprit, nochmal Jetzt haben wir zu viel Sprit, ne? Das hätte man gerne irgendein Crewmitglied gekriegt Ja, der musste mich eben wieder kaufen Ach du Scheiße, wir sind jetzt schon im vorletzten Ding, ne? Wir haben nichts 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 haben wir Nichts Nichts Das schaffen wir wieder, ne? Mann, oh Ey, ich will nicht mehr Das scheiß Drohnenschiff Das nächste ist doch easy Das geht jetzt hoch, Schilde hoch, hast du gewonnen Wollen wir die fragen, ob sie uns überlassen, oder? Oder was? Irgendwas anderes sagen denen Komm, warum, ne? Was? Erste oder Zweite? Eins Äh, ne, jetzt Kämpfer gegen sie Ja, vielleicht war trotzdem eine Änderungsregelung, kann ja sein Vielleicht geben sie auf und schenken uns einen Das wäre, das würde mir gefallen Best mit vollem Antrieb, ne? Ey, mach ein bisschen dieser Laser so kurz Weil der, egal was auf dem Raum trifft, der macht 2 Damage Ich weiß schon Könnte aber ruhig länger sein, wenn wir dann noch mehr Damage machen Ey, da ist so ein langsamer Typ bei unserem auf dem Schiff gelandet Was ist denn der Heck? Stimmt, das können wir ja Na, du, Typ, doch deinen Schilden Oh Gott, irgendwann hat ein Photon uns gerade kaputt gemacht, auf unserem Schiff Wir kriegen ja schon Damage, ne? Wir haben nur eine rote Hülle Weil die Raketen noch verraten Wir brauchen eigentlich keinen Sprit mehr wirklich und Raketen auch noch Eigentlich nein Eigentlich nein Wir wollen den Typen von dem Du musst vorher noch was machen Alter, hier müssen wir reparieren gehen Wo ist der nächste Job? Stimmt, der ist nichts ausgeben Hier, ne? Ach, scheiße, ey Das verlieren wir noch vor, am letzten Ah, ne, schon wieder Cloaking Neee Biste Ich würde den an dem Waffen hacken, oder? Brennen bringt gegen die Eden so viel Scheiße, die haben den Raketenwerfer Mach doch Die Waffen kaputt, du Arsch Mach die kaputt Eins läuft ja ab Ja, Eins ist runter, aber Na geil, die hat's ne ausgeschalten Oh gut, die haben den Raketenwerfer ausgeschalten Nein, Cloaking Cloaking ist ein Scheiß Ich glaub, die haben's aber noch ne sehr hoch geskillt Wohin, so kurz noch Und da kommt unser Beam Bah, damage, damage Ey, Schrott Keinen Schmarrn immer noch nicht Ey, ich kack at Ich kack mir in die Hunde Nee, nee, Leute Nee, 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 nee Da, ja Nee, da Da Da, da Dahin Noch mal so, ey, na Ja, die haben ne viele Waffen Zwei Waffen, wenn da runter ist, glaube ich, kein Raketenwerfer Ach, bloß Gott, ey Wen wirst du übernehmen? Schilde? Schilde, oder? Nee, nee, Schilde, Schilde, Schilde Schilde Na Nee, komm mal ne Was machst du kaputt, Erder? Alter, geht's ein... Da kloppen sie sich aber richtig Hm Ha, also erstmal fett fahren Wird kein Feuer, aber... Die würden's eh schnell ausmachen Ja, hätten sie erstmal zu tun, das auszumachen Alter, das ist ein Laser mit wie vielen Schüssen? What? Da hätte mindestens... Fünfe geschossen Komm! Ach, wir haben unsere Drohne gerne an Egal, sind die gleich kaputt Feuer... Weit Leute, spielen wir Binding of Isaac Ja, ja... Nimm's hier weg Ich weiß Die Asteroiden machen uns kaputt, ne? Ich weiß, weil der Typ keinen guten Schild-Skill hat Signal, ich will einen Shop Wir sterben noch vorher, ich sag's dir Ich weiß Alter Alter Das ist wieder was wir vorhin hatten Ausschalten Reparieren Mit der Engie Oder... Engie oder Ione Wir machen nochmal Engie Wir kriegen einen Haufen Geld zugesteckt Wir müssen hier weg Wir wissen also auch, wie lange ist denn die Folge schon? Stimmt, haha Gut, dass du das sagst Ey, wir könnten den Sklaven von den kaufen Kaufen? Na Oder wir könnten sie angreifen Der das Waffen und Antrieb hat, ja Ist eigentlich eher einer, den wir gebrauchen könnten, ne? Ja, eigentlich schon Es ist nicht garantiert, dass wir einen kriegen, wenn wir sie angreifen Schwer's Die pöpste Hammer eigentlich Hallo! Hallo! Wohl wir Unser Waffentyp ist auch ausgeskillt in Waffen Ey, haben wir ja ein bessere Ansicht Vielleicht mal unsere Heil-Dinge reparieren hier Ach Quatsch, wir brauchen das Wir brauchen bessere Hülle Wir brauchen's Ey Jetzt bräuchte man die Drohne, die Hülle heilt Ja, ne? Oh, das kannst du ja vorher nicht wissen So, machen wir erstmal einen Cut hier Ja